Hallo Huawei, wir sind wieder hier im Paradies, dort wo ich bin, schon immer war und immer sein werde. Heute ist der 10.08.2021. Der zunehmende Mond ist bei 4% im Löwen und der Merkur ist auch im Löwen. In der Sonne befinden sich nur am Rande Sternbilder. Damit sind heute folgende Elemente stark. Das Feuer vom Löwen, die Luft und die Erde vom Merkur. Ich habe heute die Karte gezogen, Nr. 39. 9 und 3 sind 12. 1 und 2 sind 3. Das Glück liegt in jedem selbst. Das Glück liegt im Leben selbst. Du entscheidest in jedem Moment selbst, wie du dich fühlst, denn Glück ist eine Sache deines Denkens. Das Geheimnis des Glücks liegt in deinem Denken und in deinem Bewusstsein. Zufriedenheit beginnt immer in deinen Kopf. Wie du dein Leben wahrnimmst, wie du jeden Tag erlebst, hängt stark davon ab, ob du das, was du tust, liebst und wie du dem begegnest, was in deinem Leben geschieht. Kultiviere eine respektvolle und dankbare Haltung und sei dir bewusst, dass du weder die Menschen noch die Dinge, sondern nur deine Einstellung zu ihnen beeinflussen und verändern kannst. Es liegt in deiner Hand, aus jedem Tag einen besonderen Tag zu machen. Dankeschön.